Hahahaha Je nach mehr, ok. Ok. Also was, Shotgun Heavy? Also wenn es ne City Map ist, bin ich definitiv für Shotgun Heavy. Also jetzt keine, keine Tanks mehr, ja? Ne, Kasumi ist auch noch dabei bei den Gegnern. Jetzt müssen wir ernsthaft spielen. Ok. Kein Spaß. Ich habe einen Breakscreen, wenn wir mal rausgehen. Wir werden schon unseren Spaß haben. Keine Sorge. Naja, wenn sie jetzt schon heulen, wenn er in der Form jetzt steht. Vielleicht gibt es ja Nachricht von Herrn Gabe danach. Und egal was passiert, wenn ich mit Messer auf einen Typen losgehe und den von hinten messen will, ich weiß, das dauert ewig lang, schieß den bitte nicht weg. Also, wie gut war das? Genau. Ich habe schon rausgegangen. Ja, was hat dann Heavy? Okay. Jooo. Ballack auspacken. Hahaha. Du schwör mit, Alter. Ich mach gleich jetzt. Es geht auch erst bei Proto. Naja, ich mach Proto neben mir. Ich hätte gesagt, ein Teil verteilt sich auf A und einer auf B. Ja. Ja. Der ist zu welchem Tag? Mein Squad erstmal Alpha. Andere Squad Bravo. Legt ihr Uplink? Ja. Und ich hätte jetzt Bomben wie jetzt. Ja, ich hab' einen Heavy Shotgun mit solchen Uplink legen. Hahaha. Verdammt. Dann hackt zumindest ein Krona davor. Dann kriegst du dich jetzt eh wieder irgendwo. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Der Ridge, Alter. Der hat ein Messer in der Hand. Hahaha. Oh Mann. Schmach. Schmach. Ja, bin auf A. Es geht nicht mehr. Auf A, ja? Ja. Wow. Scheiße, ich komm nicht drüber. Ich hab's gut. Die anderen müssen zum Bravo. Ja, ja. Ja, ja. PCQ gegen Legio. Die werden eh nicht reinkommen. Vermutlich mal. Null Kanone. Visiert feindliche MCC-A. Top Chef kommt zur A. Top Chef kommt zur A. Da ist Heide und Pepe. Da ist er. Da ist er. Wer ist der letzte? Ja. Der Obersee Null Kanone. Die feindliche MCC-A. Mach ihn ab. Wut bitte. Hab ihn. Ach, ja. Ja. Hehehe. Hehehe. Und der ist mit dem Blauhelm, ja? Ja. Na sicher. Null Kanone. Die feindliche MCC-A. Aber er darf nicht zu dem Blauhelm reiten. Du weißt ja warum. Weil, äh. Weil die Blauhelme sind mit Racheengels Blackguard in, äh, in einer Allianz. Und Legio hat Allianzverbot. Warum ist Blackguard rausgeflogen? Weil er Blackguard eigentlich? Uh, da kommen die Ersten. Weil die sich nicht, äh, ja. Weil er dasselbe abgezogen hat. Achtung, einer kommt hoch zum Kloner. Legio. Er sollte meinen, er hat sich eine Lektion vielleicht gelern zu tun. Legio ist ein Scanner. Ja, wir sehen. Er geht außen rum. Kann irgendwer scannen, damit man bei Alpha was sieht? Ja, ich scanne. Hier, einer. Ja, einer. Hinter dir. Also, Sumi. Hier, die fahren zu unserem Kloner durch, Alter. Das wurde gerade fertig gewesen. Alter, Daddy, gehst du ab mit deinem Heavy. Alter, das ist ja schnell. Das ist ja schneller als ich, Mann. Ja, Jungs, guck mal, guck mal an, guck mal am Killboard. Baller gar, Alter, da. Nein. Du, ist so ein Abi. Du übertreibst gleich voll, krass. Ich bin gerade für's Ballsredor. Mach ihn doch nicht weg. Ey, Daddy? Pass auf, der will dann schießt. Ah, ne, schon gut. Schon gut. Ne, ich konnte dich gerade nicht... Achtung, da ist noch einer. Mach ihn weg. Ach, da ist noch einer. Er ist da vorne. Ich glaube, letzter ist auch da vorne. Ja, also. Hier, weiter kann es einer. Pass auf. Hier, helf mir, helf mir nochmal. Geben wir auf den See oder See? Ah, okay. Danke, Engel. Ach, primär würde ich hier vielleicht... Bitte, dafür bin ich da. Hier, Uplink. Ja, abdenken. Ja, mach den doch nicht weg. Oh, da laufen ja ein paar rum. Äh... Feindliches Dropschiff. Ja, wo? Warum? Äh, einen... Jawohl, Doppelkill. Angriff Doppelkill. Boah, der sagt Schießklasse schon. Schön aufgedracken. Wow. Ganz schön damage. Ah, das ist auch hier reingekommen. Noch ein Doppelkill. Wie nice ist das denn? Boah, der sagt... Der schießt auch schon schon. Lasst uns doch einfach mal zwei Leute, drei Leute Schwanenwerfer nehmen und dann holen wir den. Was soll der Scheiß da? So. Ich kann mich nach dem Gornstein da finden. Helpt mit dem Nova Messer. Super, das ist das auch noch drüben. Den hab ich auch schon erfahren, weil... Der holt doch gar nicht den auch schon wieder. Ja, können wir alle um den Wecken schließen. Ja, haben zwei Waffen und so. Platz dir, Daddy. Ja, mach weg. Ach, du kannst oben nicht drüben. Sieht jemand das feindliche Tropschiff? Es ist hier hinter B. Wo ich bin. Du kannst mir doch Scanner hier beahnen in der Nähe. Du kommst mir nicht hinweg. Killfit check. Oh. Muss ich ihn halt so wegschießen. Hey! Boah, 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 boah. Fliegt jetzt Richtung A. Bruder, der ist schon dann vorbei. Ja, ich sehe. Ich sehe. Haben. Aufmerksamkeit. Puh, das war knapp. Die spawnen da. Da ist ein Uplink oben drauf. Wo denn? Ich weiß. Ich bin eben näher von ihm. Äh, der hat... Leute, oben drauf gesetzt. Oh, das ist nicht da. Kein Schuss am Ende. Ich hatte eh kein Fahrzeug mehr. Also das Tropschiff ist ganz oben drauf. Rutschgerecht. Heißer. Oh. Oh. Leute, was ist da los? Die sind mit dem Tropschiff da reingekommen. Die sind mit dem Tropschiff da reingekommen. Die sind mit dem Tropschiff da reingekommen. Äh. Loll. Okay. Lass das. Lass das. Loll. Ja, ja. Oh, ich geh nicht da. Äh, gut. Das ist ziemlich schwer, weil wir haben ja drei Spiele verloren. Und von dem sind wir jetzt nicht weg. Äh, Twitch? Ich rapp... Wow, 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 wow. Wie der weg kommt, Leute. Yo, nice. Wapp mich. Kommt, wir haben den Gameball mal helfen. Missionsziel 8. Virus Upload. Fehlgeschlagen. Nun kann ich nicht mehr da rauskommen. Leute, Kloner. Kloner bei Bravo. Und geframpt? Ja. Kloner bei Bravo? Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ich hab den Forder gerade. Warte. Ja, genau. Steig mal aus hier aus meiner Wicht. Aus geht's, mein Tup auf zu Bravo. Jawohl. Ich renne schon. So schnell mein Arsch mich trägt. Backjopper, du bist zu langsam. Der andere Tup. Was ist da los? Kann ich mehr rennen? Ja, hat sich auch etwas. Alter, wie der mir abzieht, ey. Glaubsam nicht. Schmeiß. Ich bin genau zu weh. Hör mir. Die Fahrt erschwerer. Hör mir. Hör mir. Hör mir. Hör mir. Hör mir. Ja, leid schon. Hör mir. Den hab ich den von Fehl. Hey, ich hab doch gesagt, wenn ich für ein Messer nicht draufschießen hab, hey. Was? Was? Sorry Rich Sorry Rich Raus, außerhalb ist mal einer, der Dropship ist hier Mit Nerb gerade schnell Jaja, ich hab, ich hab, ich hab aber nix mehr Wer hat schon einen gefahren? Ja Hab ich Noch einen gefahren Wir brauchen einen kurzen Zeit lang hier Tank 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 Wer von hier Mein Druck wieder zu Alpha Bleib zu einer Ecke hier 3 Mann bei Alpha Ja Jawoll Oh, ich gehe hier durchs Fenster, wenn ich kann Wie das? Alter, das leckte dabei Das gab es selber nicht Stopper Tank zerstören Ich dachte Kann jemand mal Dropship abfliegen? Nein Wie denn? Ich hab nicht Er ist schon mal angekommen Er vom Versorger aus Der Pip verschießt nicht die ganze Zeit Was ist nix los? Ah ah Hab sie weggemacht Kasumi im Shooter Kasumi legt auch ganz gut durch die Gegend teilweise, gell? Übel, Alter Ja Ein richtiger Lecker Ah scheiße, jetzt haben sie mich gleich Ah scheiße, jetzt haben sie mich gleich Ah scheiße, jetzt haben sie mich gleich Wegladen wäre schon Da ist eigentlich jetzt vor Wo gibt's Herger? Ja Ich hau mal die Forge dann Ich hau mal die Forge dann Ich hab hier Hey, Lecker Hey Lecker Das ist das Ding, nur weil sie sich trotzdem nicht da war Wo ist weg? Ich seh es nicht Ich seh es nicht Wird schon vor, du willst außen rum Es direkt über dem Klon, ist die weg Ah ja, ich seh es Es passt da auch nicht Wo ist Lecker? Wo ist denn? Oh, er hat dann eben überall Lecker Komm, spreng runter Ich glaub der kommt hier Ey, ist er da nicht Das ist ein galanter Anzug Auch anderer Seite, Timmy Ja, ich hab zufrieden gerade Oh, bitte, wo kam der her? Oh, wie? Ja Boah, es leckt gerade Boah, es leckt richtig krass Ich bin runtergefallen Ich mach den Abdeck da oben weg Der kann nicht alles Da ist weg Auch nicht weg Du kannst auch aus Trupps flüchten Also musst du auch das Abdeck da oben wegmachen können Alter Leck Ja, ja, Abdeck kommt verdammter Seite jetzt Verrächtig Warte, ich komm drüber Oh, da gehts ab Oh, ich hab fast keine Hunde mehr hier Also Geh fast down Oh, hinter uns, hinter uns Shotgun Nein, bin down Ja, das ist Knobbys Keiner bei A Ah ne, oben Oder ist der noch Leck geht, Schwede Was für die Scheiße Wohin nebst du? Nehmen wir die Barante, Holbe Ja, der Wildwand, die kommen zum B Ja Wir sind bei B Negen, pass auf Unten Die spawnen noch nicht bei B, ey Das ist Selbstmord gerade Ne, ich auch nicht Wir spawnen da beim Abwengen Wir kommen oben weg, dann Nehmen wir uns einen Außenletter-Freund erstmal Aber Können wir noch Wie die hier Schatten haben Die klugen mal raus Ganz einfach Ja Wohin zu wissen Bei B Bei B Na ja, bei B Na ja, Lecho dann oben Ja Ah, Lecho, schau Hehehe Wow, ach doch Ich will den auch Schatten Ich will den auch Ich will den auch Ich hab jetzt schon drei, wa? Ich hab ihn noch Jeder darf mal bei Lecho ran Hehehe Jeder darf mal rein Jeder darf mal rein Hehehe Jeder darf mal rein Wow, wow Super Wack Nein Ah, ich hab null Nachladen 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 Los geht's Vielleicht muss ich nachladen Komm nur rein, Deckerchen Hey Jungs, wir brauchen eine Rille Pass auf die Zahl Da vorne ist jemand Ja, das sind mehr als eine Einer ist vorne Ich hab ihn ganz schwer angehütet Aber der hat sich auch fast weg Nein, sprengt der mich Einer mit rein und weg Einer mit rein und weg Oder, oder? Hab ich ihr B? Das andere ist Gott so Bravo Nee, wir haben den nicht Fuck Da sind ne Menge Leute Praktik gerade viele gespawnt Ja wir hätten den Respawn ab, äh Den Respawn abwarten sollen Haha, und das wieder Oh da, das war Schulte Oh das haben wir schon wieder Oh, die Folgenzoller Oh, die Folgenzoller Oh, komm! Zu Alpha. Was ist das denn? Nein, ich bin gerade bei B. Bei Bravo. Nein, ich fall runter. Oh, hört zu lecken hier. Ja, Standbeater, Mann. Standbeater, Mann. Aber echt? Da ist er! Diesmal hab ich dich. Oh, das war krass. Hab dich, Witch. Hab dich! Danke, er hat das einen ablinken. Achtung, Witch, einer gespwned hinter dir. Da ist noch einer, obwohl es der ablinkt. Der ist da irgendwo. Sleepy, nur willst du keins, du magst Charlie oder Sari nehmen, ja? Witch, hinter dir, hinter dir. Hab die bei allen. Hab ich. Oh, wie? Da sind noch einer. Oh, wir müssen unbedingt eine Sache noch weg. Alter, Witch, Mann. Du kittst die alle, ey. Da, Granate, verdammt. Alter, dein Geschenk liegt hier. Noch zu lecken hier. Können wir eine scannen? Scannen kommen? Ja, scannen. Ist nix. Nichts dann. Klone. Über uns. B-Klone. 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 Aber noch nur B-Klone. Ja, jetzt haben sie mich. Scheiße, der Letcher hat mich auch noch. Ja, wir fassen leider auch. Ja, ich war die ganze Zeit gegen zwei. Äh, immer einen weggemacht. Dann haben wir kurz vergeworfen. Ich geh jetzt Charlie einnehmen, Leute. Ja, ja, ja. Okay. Brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ja, sicher ist sicher. Meinst ne? Sicher ist sicher. Shit, shit, Panzer ist nicht so ganz. Beträgt. Nein, wir sind eins. Außer sie verkriechen sich. Boah, jetzt Hockens Familie, liebe. Ja, ja. Ah, hau den Ohr, die Ohren. Die sind alle auf dem Dach. Wo? Dach sind die. Über B. Alter, lass mal hier den C oder D holen. Warte, ich mach. Ich hab schon Finder. Okay. Komm mal zu mir hin. Scheiße, hier hat einer meinen... Scheiße, hier hat irgendeiner meinen... Scheiße, hier hat irgendeiner meinen... Einer bei A. L.A. Mein B. Ich hab nur noch Standbilder hier. Ist auch fast nur Standbilder. Nein, nein, nein. Die ist übel gerade. Weil alle hier im Komplex rohen. Bist du immer noch auf dem Dach? Ich seh nix. Ich weiß, es geht aber noch einer auf dem Dach. Die sind in den Kloner hier oben. Sie sind in den Kloner. In den Kloner. Klone, ja. Ja, beim B-Kloner. Das ist richtig. Richtig. Graf, ja. Wobei, sollte sich eigentlich echt nötig ausgeben. Hahaha, das ist eine Fotze, Alter. Der hat mich alleine mit dem Orbi gekillt. So eine Fotze, Junge. Das gibt's doch nicht. Was schöne Muschi. Ach komm, jetzt geh ich nix mehr ein. Kommt der, die Glockung. Neue Kloner, Junge. Boah, Slag, so übel. Warte, Hilfe, checken. Jetzt, wo rennt der hin? Ich sehe dich nicht mehr. Boah, scheiße. Wo hau ich den hin, wo hau ich den hin, wo hau ich den hin? Beim Kloner. Ausgeklotet. Ja, wir haben sie ausgeklotet. Ich hab Ledger nie gewischt. Was für eine Scheisse. Ich hab ihn einbauen geschaut. Ledger habe ich mich einbauen. Hehehehe. Sieg. Hehehehe. Boah, das war ein Leck jetzt gegen Klaus. Kennt schon bin ich auf die Statistik gespannt. War nicht mehr feierlich. War nicht mehr feierlich. Der sieht drei Dropships in der Luft. Oh, 311.000. Immerhin. Schlecht. 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 2 und 2 ist okay, oder? 14,3. 27,2. 4. 3,0. Ja, sauber. UPS, 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 UPS. Ja, also. Ledger 6 zu 6. Und die andere von uns alle. Alle. 3 zu 7. Ja, wo ist der Ledger? Ich glaube ich muss scrollen. Der ist 7. 7. 7. Das war's. Guck mal unsere Warpoints und guck mal den ihre Warpoints. Ja, Richie war der Letzteste. Von uns. Richie, was ist los? Ich weiß nicht, ich hab zwischendurch im Killfeed einige von uns mit GEK und so Zeug gesehen.